war schon ein bisschen komplizierter ja vor allem weil das ja eigentlich sonst immer so ging dass du mir oben einfach ein portal hinschießen konntest und ich da einfach hinlaufen konnte jetzt mussten beide immer dasselbe machen okay die menschen hatten hier traurige ergebnisse vor allem weil man mit tränen keine brücken bauen kann ja warte ja jetzt habe ich uns angesperrt ja toll du musst kannst du da einsetzen was da und das zweite irgendwie noch da und noch da ist egal das aber glück gehabt so gerade disco pogo hier ja kommt diesen blockiert sind die müssen die mitnehmen du musst auch noch eins machen dass sie beide beidseitig du musst ja auch noch ein stück brücke holen nein jetzt hast du meins kaputt gemacht warum aber die stein hier dran da habe ich gerade auch gesehen okay okay aaaaaaah oh 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 Wir müssen hier wieder eins machen. Alter, jetzt hab ich mich jetzt ein bisschen erschrocken, ey. Oh, scheiße. Geilo. Okay. Wenn ich das noch da mache. Geh ich hier drauf. Ah, warte. Warte, warte. Der ist ja gut, halt. Der ist so schon mal. Warte. Nee, du musst eins irgendwie nach da machen, das Worte. Genau. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ich kann das nicht wegmachen. Das Dunkelblau muss ich wegmachen. Ich muss genau das hier hin, dass wir laufen können. Yeah. Aber wir brauchen einen. Oh, nee. Nee, warte mal. Wenn du irgendeins wegmachst, schießen die auf uns. Ich weiß. Guck gerade, wo man es sonst noch hinmachen kann, aber... Pass auf, wenn ich das jetzt kurz wegmach... Und ich laufe. Okay, drei, zwei, eins. Achso, warte. Wie kann ich das denn wegmachen einfach? Du gehst doch einfach irgendwo anders in das Portal, was mich hier blockiert. Aber... Hab dich noch. Das war nicht. Ist egal. Okay. Drei, zwei, eins. Okay, das hat geklappt, ne? Ja. Okay. Jetzt musst du nur... Warte, warte, das mach ich... Oh, oh. ... selber, der scheiß Ball. Hält nicht so wirklich still. Kann ich denn da dagegen? Ah, ja. Perfekt. Sehr gut. Niemand hat je diesen Test bewältigt. Die Menschen müssen ihn nach meinen Originalplänen rekonfiguriert haben. Du hast mich doch jetzt eingesperrt. Ja, ich weiß. Weil ich dachte, du wärst auf meiner Höhe. Aber du warst noch weiter hinten. Das hatte ich nicht gesehen. Ja. Also, ich fand das davor schwerer als das jetzt. Ja. Du bist Atlas übrigens. Ja. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Na. Ja, gut zu wissen. Oh, oh. Eins ruhig. Schön, die Sounds von Counter-Strike, ey. Ah. Hm. Jetzt musst du aber dein Portal höher. Oh. Da kann ich ja auch nicht durchgehen, wo man da beschossen wird. Und es sind keine Tests mehr. Kann der sich selber beschießen? Sollen wir das mal versuchen? Wenn der in ein Portal schießt? Aber der kann ja nicht in ein Portal schießen. Warum nicht? Ja, von wo soll er denn in ein Portal schießen? Ja, wenn wir ihm eins machen? Ja, dann... Ja, dann... Wenn du hier schräg eins machst und der schräg schießt, muss der in den perfekten Winkel sein. Das funktioniert leider nicht. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe hier in Sicherheit und ich dir dann die Portale setze, sodass du einfach dein... Pass auf. Ich setze dir eins dahin und eins da oben hin. Dann gehst du da durch und du musst dein blaues, sobald du oben bist, weiter hochsetzen. Dein dunkelblaues. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich hier etwas gefangen. Aufspringen? Ich probiere es nochmal mit dem Sprung hier. Nein. Aua, aua, aua. Die Montageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Okay. Dann lass uns erstmal die Umgebung checken. Das bringt leider nichts, oder? Nee. Hallo. Wie dich. Aua. Sau. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dann... ...kommen wir jetzt nach da oben. Würde ich so machen. Das Problem ist... Und dann musst du dein dunkelblaues jetzt gleich nehmen und da hoch nehmen. Ah, das ist auch krass. Ja, ja. Und nicht nur das, sondern auch noch da setzen. Ja, nee. Pass auf. Das kann ich ja dann machen. Ja, aber wer gibt an uns die Barriere, warum, dass der uns abknallt? Ja, vielleicht reicht das ja, wenn du... Geh erstmal da so in die... Also so, dass du so zwischen den... Ja. Wenn du das jetzt oben setzt, das blaue... Ey, sobald ich hier durch bin, auf mich zu schießen, dann sieht er mich. Warte. Geh durch. Ja. Au, nein, nein, lass das. Warte noch. Okay. Da hast du es? Hab den, den kleinen Scheißer. Nice. Stirb. Sehr gut. Okay. Perfekt. Oh Gott, oh Gott. Alter, ja sicherlich. Okay, was ist der... Was ist der Knopf? Ah, ja. Dagegen schießen. Da. So, muss ich dir jetzt irgendwie... Geh einfach durch, oder nicht? Kannst du nicht durchgehen? Die sind doch nicht, weil die hinter dir sind. Machst du es, irgendeinen davon zu fangen? Nein. Rück noch mal den Knopf. Und jetzt musst du irgendeinen der Bälle fangen. Achso, die Bälle. Die hab ich gar nicht gesehen. Na, guck. Okay. Oder kannst du ein Portal setzen, dass die... Das Gelbe noch da... Tja. Ja, kann ich auch noch. Aua, aua. Okay. Kannst du das... Dein Gelbe... Du wirst jetzt wieder da oben hinsetzen? Also, halt da. Ah, shit. Ja, das bringt jetzt nichts, weil ich jetzt hier nicht mehr wegkomme. Es muss da ein Cent von dir. Ja, ja. Ich musste nur noch mal anders ummodeln. Okay, ich hab immer noch einen Ball. Okay, ich guck jetzt mal... Ich guck jetzt mal, wo der hinlost. Alter! Du Aspengesicht, ey. Toll, Orange ist wieder da. Misten wir weiter. Toll, Orange ist wieder da. Du kannst doch nicht meine Barriere wegmachen! Ups. Warte, warte, warte. Craps bringt mich um. Warte, warte. Mal was gucken. Na, die sind dahinter. Warum sind die dahinter? Warte, ich hol mir das selber. Ja, das Problem ist, dass wir die wieder blocken müssen. Warte, warte. Nein, da würde ich nicht hingehen. Ich glaube, die sehen uns trotzdem, ne? Ja. Ja. Die sehen uns trotzdem. Na, hier muss das doch gehen. Ach, warte mal. Ich muss doch mal was kurz wegmachen. Ja, ja. Die sind ja am Schlafen. Ist ja alles gut. Wenn wir hier stehen bleiben, ist okay. Okay. Komm, irgendwie einigen, Alter, muss doch noch treffen. Ja, geil. Wie geil ist das denn? Glückwunsch. Hätte ich diese Tests reparieren können, wird ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals. Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Ja, ja. Oh, toll. Orange ist wieder da. Ach ja. Gutes Spiel, gutes Spiel. Ja. Was sie nur sagen. Au, 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 au. Boah, wir haben jetzt viel länger gebraucht als für die anderen und wir haben noch eine Stage. Die letzte kommt jetzt. Ihr werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Städte bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Schon neiger. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein? Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Die Sicherheits-DVD ja so zur Sicherheit einlegen. Ja, geh du mal da her. Ja genau, was ist da? Hier ist dunkel, das ist gruselig. Hier ist, glaube ich, Ende. Im Gelände. Hat man eine Taschenlampe oder sowas? Nee, ne? Nee, hier ist Ende. Kann man auch nichts hinschießen. Hm. Du rennst da schon wieder mit nem Ball herum, ey. Warte mal. Ja. Vielleicht kann ich irgendwie so ein Wind-Dings... Kannst du... Ah ja. Nee. Wo muss der hin? Weiß ich nicht. Hauptsache, man hat ihn schon mal, ey. Ein Ball. Ein Ball. Okay, wir gehen jetzt einfach spielen. Scheiß auf die Menschen, okay. Ähm. Also hier schon mal nicht. Ich hab ihn noch. Aua. Oh. Oh cool, ich hab... Warte, ich komm mal. Okay, warte, ich komm mal. Oh, ich seh'n ganz viele Bälle. Huh. Da fliegt immer einer. Oh, das ist wieder mit Timing, wa? Oh no. Bestimmt. Also da fliegt immer einer. Der kommt immer hier rüber. Wo ist er denn? Da. Okay. Was ist das? Wo geht er auf? Oh. Ah. Kommt aus der Säule raus. Wie ist die Säule? Ah, guck mal. Aber das muss anders gehen. Moment. Ist er noch da? Ähm. Da kann ich nicht durchschießen. Nee, nee. Da muss ich dir, wenn dann, was machen, aber... Warte mal kurz. Ich will kurz gucken. Ah ja, nee. Schieß da einen hin. Von da aus. Und den nächsten bitte nach da. Jetzt musst du den fangen, glaub ich. Ähm. Oh. Warum das Funktion... Nee, der fliegt da ja weg. Shit. Nee, warte. Ah ja. Nee, nee, der ist zu weit weg. Aber ich glaub, die... Dings ist... Ah, aber warte. Nee, so weit komme ich nicht mit meinem Greifen. Nee, nee. Ich überleg gerade. Da geht's. Da ist's. Mach den mal weg. Da ist ja... Genau, da ist ja auch noch ein. Das hätte ich jetzt auch gesessen. Nee, nee. Nee, du hättest den schon da lassen müssen. Ansonsten... Gibt ja schlecht. Ja, aber wir... Das geht ja so nicht. Ja, doch. Jetzt doch mal... Genau. Und... Ja, genau. Wichtig. Muss ich nur. Ich seh das halt so schlecht. Nee. Nee, weißt du was? Ich brauch... Ich brauch die... Links. Ah, okay. So machst du das. Okay. Nein! Wo ist der? Da, rechts von dir. Rechts, 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 rechts. Ah. Da, hier. Wo ist der? Wo ist der? Bürostuhl. Oh. Gut. Sicherheits-DVD brauchen wir. Ja. Ja, vielleicht nicht im... Danke. Bitte nicht im Licht stehen. Dankeschön. Äh... Warum nicht? Was haben wir denn hier? Portal! Portal! Hallo? Ey! Nee, jetzt geht's nicht mehr. Musst du hoch machen. Höher. Ja. Ja, nee. Das bringt auch nichts. Ja, kommen wir nur da rüber, ne? Ist voll gut. Ja. Brauchen wir aber gar nicht. Jetzt setzt du deins... Äh, mal... Deine Rotes bitte nach da. Und jetzt gehen wir einmal komplett rum. In das... In dein anderes da hinten rein. Oh. Bitte hier Fahrstuhlmusik. Die sind so langsam und die können nicht sprinten, ne? Oh nein, das hier geht nicht. Sehe ich gerade. Oh nein, wie bitter. Aber du kannst von hier dein Portal anders schießen. Du musst nicht wieder komplett rum. Was war das? Ein Stück... Ein Stück tiefer. Warte, geh dahin, wo ich war. Ja, das bringt aber nichts, siehst du. Doch. Doch, jetzt... Mach mal. Auf drei, dann springe ich. Ein bisschen höher. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Ja, und jetzt? Ja, kannst du da oben weiterlaufen? Wir müssen ja irgendwie auf die Plattformen da drauf. Hm. Ich darf jetzt... Das Rote darf ich benutzen, oder? Nee, dann falle ich runter. Das Gelbe aber auch nicht, ne? Nein, du darfst gar nichts benutzen. Ach nee, wir kommen da oben nicht weiter, also, ne? Ja, genau. Also hier oben ist so... Hm. Okay. Ja, meh. Wo müssen wir denn hin? Warte, komm mal kurz runter. Oh, warte mal, ich hab ne Idee. Aber dann sterbe ich. Ja. Da oben ist nämlich noch was. Ja, genau. Hm. Mal her. Bitte? Komm mal hier nach oben. Zu mir. Nee, zu mir musst du. Du musst da durchgehen. Da. Ach, du hast es da unten hingepackt. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Ja. Ich hab hier stehen. Über der 2. Direkt über der 2 stehen. Dein gelbes Portal musst du gleich nach unten setzen. Weißt du, welches das ist? Ja. Und ich muss, warte, welches hab ich hier benutzt? Das. Okay, das darf ich benutzen. Scheiße. Das war das Falsche. Entschuldigung. Ja, hätte aber auf jeden Fall geklappt. Ich komm nochmal zurück. Ähm. Ach, ich darf ja gar nichts benutzen. Oh Gott, wie schnell soll ich das denn machen? Ich muss zwei Portale ganz schnell setzen. Wird aber kompliziert, ey. Wenn das nicht klappt, muss mir das... Wo muss ich denn noch eins? Achso, nee. Ich muss meine ja stehen lassen, ne? Ja, genau. Ich muss zwei Stück ganz schnell setzen. Ja. Mach einfach, weil ich fall einfach nur. Du kannst jetzt einfach machen, wann du meinst. Ja. Ich fall ja nur durch. Hallo. Wow. Voll gut, ey. Das war mega gut. Okay, nice. Ja. Ich dachte so, oh nein, wir sind zusammengestoßen. Oh, das war der Plan, okay. Guck mal, ich hab dich alle zu denken. Möchtest du ihn diesmal reinstecken? Ja, ich will ihn reinstecken. Ich will auch mal was reinstecken. Deck doch mal was rein. Juhu. Gucken, was wir jetzt wieder für einen Tierfilm sehen. Jetzt kommt das Reh. Bla, fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Das war sehr cute. Bla, 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 bla. 5, 33, 41, 18. Das ist auch geil. Bla, 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 bla. 5, 33, 41, 18. Ich schick dir das mal, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber... Wer weiß. Aber wir sind durch damit, ne? Yes. Oh Gott. 2 Stunden 20. Ja. Das ist ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel.